ich bin noch da wieso bist du ein frosch weil ich der frosch bin ich das war so klar ich habe hier noch nicht mal meine tastatur wieder eingefahren und du bist mich hier schon wieder am schlagen und damit ein ganz unvorbereitetes hallo und herzlich willkommen zurück zu sag boy a big adventure ich bin das kleine arme mädchen hier vorne was die ganze zeit von dem lüsternden frosch dahinten belästigt ich schläge dich ab ja du bist ekelhaft geh einfach weg so die kümmern noch mal machen hier ich hab doch nach links gezielt wie sagt er nach rechts geklatscht die hat man noch nicht gemacht die schatzfähre ja klar das sind ja keine keine dinger dann würde ich sagen was haben wir denn hier noch alles oh mein gott das ist so schrecklich dass ich das jetzt nehmen werde bist du bereit nein noch nicht dann sag wann du bereit bist ich bin immer noch nicht bereit das hört sich an wie bei dvd schatz irgendwas mit schatz ist das doch ne schatz ja ich bin bereit drei habe ich das auch habe ich gar nicht gesehen es war irgendwo ganz links hinter also von rechts gesehen hinter dem löwen ich krieg gleich wieder gemecker dass ich bin so selbstlos ich habe noch was für dich die größte chance in der geschichte der bergung und verwertung das ist eine groß angelegte sache also du musst für mich alle glänzenden schätze einsammeln die uns begegnen überleg dir nur mal wie reich ich werde aber keine sorge für dich wird es sich auch lohnen also dann mal auf zur großen bergungsparty hast du gesehen ich gucke wie so ein cooler nerd ich weiß gar nicht mal ich weiß gar nicht mehr ach so doch mit links unten jaja mit rechts unten oh das hört sich nicht gut an geh weg geh weg warum hast du denn eine zündketten dynamitstange auf dem kopf weil ich böse bin böse oh wir müssen da rüber achso nein 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 das sieht glänzend und wehrvoll aus warte mal wie kriegt man das nein ich wollte das gerade aufheben mann nimm das doch mit mach du das achso ach die greifen mich an ich dachte das bist du Hilfe ich kann nicht mehr mit doch du kommst jetzt hör doch auf mich zu hauen bist du ein frosch der fieseste fisch der grund voll mehr und er frisst am liebsten kratzen nein du frisst keine kratzen mehr du räudige hallo räudiger froschenkel ich geh nach rechts ich bin eigentlich der linkstyp ich weiß aber ich stand jetzt gerade rechts oh da da los schnapp es dir ja ich bin in der mitte ich musste ich bin in schach halten halt du in den schach nein nein die kugel ich nehme das und du kannst das hier haben aber danke hast du deine auch rein da ganz oben bin ich nicht mal rangekommen der ist nicht so weit gesprungen irgendwie wenn das eine blaue war ich bin mir nicht sicher oh ah aua ich bin tot das passt ja genau schwimm weiter Kumpel wir schwimmen aber doch ey ich hau den hau den doch mal der steht neben dir nein du machst ja gar nichts ich bin gegen Gewalt seit wann also nur gegen mich ist das ok oder was wolltest du jetzt sagen ja genau das habe ich gemeint hol es ich geh wieder nach rechts die ist irgendwie einfacher die seite warte ich werbe es rüber ja was denn und hier ist ein weniger wertvolles boden das ding ich habe wieder eine cool wo du hast keine geholt hier war auch keine bei mir also nicht doch gesehen ich habe alles eingesammelt so weit ich bin jetzt links ich bleib jetzt links nein ich bin wieder nach links geh holst du bevor es jemand anders tut ich komme nicht da hoch springen hallo ich kann nicht springen es bringt nichts nein ich habe sie gekriegt man weil du wieder nichts gemacht hast ja was soll ich machen weiß ich nicht ich habe die Sachen gesammelt und bin jetzt tot ja du sammelst wieder nur Kostüme und so für euch ich sammle alles was ich hier habe oh ist das euer ernst ist das euer ernst hier hallo du stirbst also so läuft es bin ich du gibst es auf gibst es mir ich verrückte ist nicht kompliziert ach ne komm ich komm da nicht hoch nein nein was war das du musst springen und werfen ja mach ich die ganze Zeit aber das geht nicht da rein jetzt da schwimmt er mit eingezogenen Flossen er weiß das ich habe dich vor allen Dingen gestört ich habe dich vor allen Dingen gestört ja ja graben und Kinder zuerst graben und Kinder zuerst und Torten hat er gesagt du bist keine Torten du bist ja Dynastro ach so das ist der Typ hallo lässt du das mal sein ja spart ihr deine Energie spart ihr deine Energie verwechs dann geh ich abgerauscht ach so mach ich hier kein Schnäppchen ich komme ja nicht mehr jetzt blockiert er mich nicht mehr du hast ja voll beschissen ach du hast ja voll beschissen du hast ihn ja voll beschissen da hab dich er best Mein Laserstahl trifft euch alle. Boah, euer Ernst. Ja, das war die eine, glaube ich, wo ich zwar am Hüpfen war, aber nicht mehr hochgekommen bin, weil das so schräg war. Ich bin nicht hochgekommen mit der. Oder meinst du, das waren die goldenen, dass wir die nicht einsammeln konnten? Ja, eine der goldenen. Achso, ja, dann war das da. Ich dachte, da wäre eine blaue gewesen, die man so einsammeln konnte. Nee, nee, war nur diese... Guck mal, der unten links, ich kann mich wieder nicht bewegen. Die können wir wieder einsammeln. Sei denn natürlich, du gehst kaputt, weil das Ding sich wieder bewegt. Warte mal, konnten wir hier unten... Ach nee, das war mit dem Rüberreisen. Ja, danke, dass ich die dir noch holen durfte. Doch, die durftest du noch holen. Habe ich extra aufgewartet. Ja, ja, ja. Ähm. Oh Gott. Es gibt ein Kostüm, was ich niemals tragen würde, weil da nämlich ein politisch komplett verzerrter Sinn hinter steckt, den ich hier nicht... Ach, den hatte ich schon, scheiße. Den ich hier nicht irgendwie... Hab ich denn schon gespielt? Nee, ich glaub doch nicht. Achso, du bist schon bereit. Hallöchen! Ho, ho, ho! Den hast du, glaub ich, schon einmal gehabt. Nee, ich hab den Tannenbaum gemacht. Ihn glaub ich noch nicht. Da oben ist wieder was. Seht denn aus. Boah. Der ist sowas Besonderes. Oh, bummerang. Ja, ich bin hier rechts, sag das doch. Auf dem war das, ja. Okay. Also ich bleib wieder links, ja? Wie immer. Oh, ich bin weitergelaufen, hab den bummerang gemacht. Scheiße. Ich bin tot. Nein, nein, nein. Mach den bummerang. Schnell. Geh. Schnell. Nach links. Und nach rechts fehlt auch noch. Meinst du nicht, ich sollte lieber gucken, dass ich überlebe? Nein. Dann hole ich dich halt nicht zurück. Aber... Wir müssen aber noch nach links. Du kannst nicht jetzt nach hier oben. Huh. Ich dachte, den könnte man nehmen. Oh. Nicht? Nicht kaputt, Mann. Warte, was ist denn hier? Ist hier rechts noch was? Komm mal mit. Ich versuche gerade zu dir rüber zu kommen. Ja, aber der läuft nicht. Aber ich sehe hier nichts mehr, ne? Ja, da unten ist es immer blöd. Achso, ich dachte, der geht zu. Komm mal her. Achso, das waren die Dinger. Oh. Achso, mit Y. Y. Genau, so war das. Okay, eine blaue haben wir. Warte. 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 Kann man da nicht dranhängen oder so. Aber hier ist eine drin. Doch, dann... Was war das gerade? Irgendwas müssen wir hier machen. Warte mal. Vielleicht von da oben? Warte. Nee, nee. Können wir uns da doch dranhängen, vielleicht? Oh, was fühlt es sich so komisch an? Achso, das sind diese Quallen, ne? Oder muss ich dich da... Nee. Ich pass da durch. Nein. Schlag mich mal... Aua. Schlag mich mal da durch, meintest du, ja? Ja. Nee. Okay, das geht auf jeden Fall nicht. Also, die Uhren haben irgendwas auf sich. Oder wir müssen doch erstmal hier rein, aber... Hm. Aber das Problem... Ja, muss mal gucken. Sekt oder so. Ich meine, so kriegen wir es nicht hin, so das aussieht. Okay, zurückkommen wir. Ich gucke nicht. Hier sind auch wieder zu wohnen. Machst du jetzt mal mit? Ja. Ja, ich muss hier mal alles alleine machen. Das stimmt gar nicht. Das siehst du doch. Du Diebstählerin. Nein, ich stand hier die ganze Zeit dran. Könnte ich einfach nur hauen. Aber irgendwas ist mit den Uhren, da müssen wir irgendwas mit machen. Dann geht das weg. Achso, und sonst können wir nicht hochspringen, oder wie? Geht's noch? Oh, ich hab's nur noch. Noch nicht? Ja, aber ich hab's so bekommen. Wo willst du denn hin? Ist ja nichts mehr. Was ist denn hier unten? Kann man da runterspringen? Da ist man tot. Ich geh da rein. Wollte ich gerade runterschlagen. Dahinter sind noch welche. Oh. Da ist ein ganzer Haufen hinter. Wieso kann ich da nicht draufspringen? Mal jetzt. Ich muss so und so viele töten, indem ich draufspringe. Aber die kann man irgendwie nicht töten. Ach doch, warte mal. Eins? Da hinten steht jetzt nur eins, aber ich weiß nicht, ob wir richtig schlagen. Ja, aber das stand ja falsch an. Hä? Aua. Wo kommen wir denn jetzt aus? Hä? Wo sind wir jetzt? Ja, direkt davor. Stimmt, da steht die ganze Zeit nur eins. Ach! Der hat den kaputt gemacht. Hast du gesehen? Ja, ja. Der muss so gegen den gehen. Hier, nee. Rechts geht's schon weiter, oder? Ja, wir müssen jetzt hier hoch. Hier ist was zum ziehen. Dann greifest du hier. Boah, du Dink steht da drin, ey. Warte, hier links müssen wir auch erst machen. Bleib doch mal da drauf. Was machst du? Nein! Nimm doch erstmal die Dinger. Ich will da auf den Bonus-Level. Danke. Kannst du mal zurückgehen? Nee. Jetzt nicht. Ja, ich nehme dich mit ins Bonus-Level. Du solltest nur die Dinger nehmen. Deswegen habe ich dich dreimal extra wieder frei gemacht. Ich habe mich getötet. Nee, ich habe es dir präsentiert, dass du hier nehmen konntest. Und jetzt? Iggy? Hallo. Oh, ich komme gar nicht so hoch. Ich bin sonst. Wieso kam der jetzt so spät? War ich das jetzt oder was du das jetzt? Wie willst du die da oben dann kriegen? Da kommst du doch nicht ran. Warum komme ich da nicht drauf? Du musst mit. Ja, aber das geht nicht, oder? Das ist doch viel zu kurz. Nein, das geht. Ich verstehe vor allen Dingen nicht, wo soll man denn da hin? Oh, das geht doch. Oh. Nein, ich habe das Ding. Oh. Okay, aber ich sage, ich lebe noch. Aber ich muss trotzdem nicht mit drauf. Jetzt kannst du tatsächlich nur von oben machen. Nein, ich komme aber nicht immer da hin. Lass dich das mal alleine machen. Ja, genau. Und jetzt sofort springen. Und dann machen. Schieß schon mal. Nein, boah, warum macht ihr den zweiten Sprung nicht? Möchte ich irgendwie holen? Nein, nein. Ich würde sagen, das macht immer einer alleine am besten. Weil sonst ist das... Du kannst eh nur von oben schießen. Schieß schon mal. Schieß schon mal. Yay. Zackpoll, zackpoll. Huch, ich kenn's Falsche. So, oh, ich hab fast runtergeflammelt. Das ist auch böse. Warte, hier vorne war nix, oder? Das ist ein Loch, aber... Huh, die sind da unten. Ich sag das doch. Ich hab dir schon mal die Brücke gemacht. Oh, Mann. Ach du Scheiße. Soll das heißen? Wir sollen niemals stoppen. Aha. Das, also übersetzen kann ich das auch, ja? Huh! Wir sollen ja nicht stoppen, Stütte. Ampel ja auch nicht. Nee, deswegen bin ich jetzt weitergelaufen. Aber wir haben wenig... Mal was ich für Geschenke da drin habe. Ich hab nen richtig dicken Sack. Und Rücken. Ich hab richtig böse Rücken schmelzen. Da bist du der dicke Sackboy. Ja, mit dem langen Bart. Guck mal. Mhm. Wieso bin ich denn Pomi? Schade, war sich grad noch am Aufrichten. Ich hab aber wieder den Pokal geklaut. Ach, der interessiert mich nicht. Ach, der interessiert mich nicht. Ich bin der... Der Sandmann, wollte ich grad sagen. Ich bin, äh... Äh... Der Weihnachtsmann. Ich brauch sowas nicht. Boah, wir haben überhaupt gar nicht den goldenen. Nee. Boah, jetzt bin ich aber... Jetzt bitte ich dich aber hier. So, ich sag's hier nur ungerne. Wenn ich mich denn bewegen dürfte, dann wäre das Ganze irgendwie einfacher. Das Ding hier haben wir... Leute. Das Ding hier haben wir genommen, ne? Jetzt bewegt dich doch endlich. Mein Gott, so. Äh... Partnerschaftslevel, haben die lange gedauert? Ich weiß es grade gar nicht. Unterschiedlich. Es gibt so oder so... Ja, wir haben jetzt nämlich 20 Minuten. Dann würde ich normalerweise sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen. Ich dann mal eben schnell, wohin kann. Und wir dann in der nächsten Folge weiterschauen. Ohne den Weihnachtsmann. Bis dann. Ohne den Weihnachtsmann. Aber mit vielen roten und blauen und grünen Flecken, denke ich. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du das möchtest.